Okay, jetzt benutzt man hier heute die Abfahrt gesungen. Die Hände kommen sich aus, die wir haben. Na geil, das sieht gut aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 You saved my soul, you saved my heart and you saved my soul! Wow, das ist Power in der Kessler Schule, Wahnsinn! You saved my heart! Okay, Hope an der Kessler Schule, wie hat's euch gefallen? Ich fand's gut, ich fand's mega geil, also mir hat's sehr viel, also besser gefallen als andere. Und ansonsten die Stimmung hier an der Aula? Ja, das ist super, super. Kanntet ihr Hope schon vorher? Nein, gar nicht. Jetzt erst kennengelernt mit dem, aber in guter Erinnerung jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also, wie war das Konzert mit Hope? Sehr gut, also es hat uns gefallen. Ja, sehr sogar, also es war total gut, weil wir kannten die schon vorher und es hat uns total gut gefallen. Und wie war die Stimmung hier? Sehr gut, sehr geil. Und welches Lied hat besonders gerockt? Das, wo wir jetzt alle zusammengesungen haben. You saved my heart. Genau. Wie ist es gelaufen? Mega geil. Stimmung an der Kästner Schule? Das war genial. Das hat riesen Spaß gemacht. Bei welchem Lied ist das Publikum besonders abgegangen? You saved my heart. Da waren die gut, das hat denen auch allen gefallen, glaube ich. Ich hoffe. Ist das eins eurer stärksten? Ähm, es war's auf jeden Fall. Also musikalisch, die meisten, also die meisten Bands, denke ich, sehen ihre starken Lieder anders als die Fans meistens. Aber ich find's cool. Ist ein gutes Lied. Das war's noch nicht. Wir Vielen Dank.